Herzlich Willkommen! In der heutigen Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto sehen wir uns an, welche brisanten Neuigkeiten es bei Cardano und Solana gibt. Außerdem sehen wir uns an, welche Entwicklungen es zum Kryptoverbot in China gibt und warum der Basic Attention Token dem Abwärtstrend trotzt. Chinas Kryptozensur greift auf Nachrichtenagenturen und Miningpools über. Es wird spannend, wie sich das auf den Bitcoin-Preis auswirken wird. Gründer der milliardenschweren FTX-Börse sagt Solana kann die größte DeFi-Plattform werden. Während die Kryptomärkte einbrechen, trotzt Basic Attention Token die Kryptowährung hinter dem datenschutzfreundlichen Webbrowser Brave dem Abwärtstrend. Analyst sagt, dass Cardano nach dem Erreichen der kritischen Kaufzone einen neuen Anlauf nehmen könnte. Legen wir los! Basic Attention Token trotzt dem allgemeinen Abwärtstrend auf dem Kryptomarkt und erreicht ein neues Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung der gesamten Krypto-Industrie ist in den letzten 24 Stunden von 2,8 Billionen Dollar auf etwa 2,5 Billionen Dollar gefallen. Und obwohl führende Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ihre Preise fallen sahen, zeigt sich ein Token überraschend widerstandsfähig. BAT Basic Attention Token BAT ist bei Redaktionsschluss um 9,9% gestiegen, nachdem er heute Morgen ein Allzeithoch von 1,81 Dollar erreicht hatte. Die Kryptowährung wird derzeit bei 1,52 Dollar gehandelt, laut CoinGecko. BAT ist die native Kryptowährung für den datenschutzfreundlichen Webbrowser Brave. Anstatt das Verhalten der Nutzer zu verfolgen und auf der Grundlage dieses Verhaltens Werbung anzuzeigen, ermöglicht Brave den Nutzern, BAT für das freiwillige Ansehen von Werbung zu verdienen. Sie können auch alle Werbung blockieren, erhalten dafür aber keine Belohnungen. Der Coin wurde 2017 über ein Initial Coin Offering eingeführt und brachte dem Unternehmen 35 Millionen Dollar ein. Der jüngste Anstieg des Token lässt sich jedoch nur schwer auf ein bestimmtes Ereignis zurückführen. Die jüngsten Ankündigungen und Updates von Brave bieten jedoch eine gewisse Rechtfertigung. Anfang dieses Monats expandierte der Browser beispielsweise über das eFrame-Netzwerk hinaus und startete eine Integration mit dem Solana-Netzwerk. Wie Ethereum ist Solana ein Smart-Contract-fähiges Kryptonetzwerk, das sich jedoch durch einen höheren Durchsatz und niedrigerer Gebühren auszeichnet. Aufgrund dieser Vorteile hat sich Brave für Solana entschieden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es Anfang 2022 auch eine Solana-Wallet-Integration auf den Markt bringen wird. Dennoch war die Solana-Integration die einzige große Neuigkeit rund um Brave und BAT. Ein Blick auf die Daten von Sentiment, insbesondere auf die sozialen Trends rund um das Stichwort BAT, liefert weitere Erkenntnisse. Das unten stehende Diagramm zeigt, dass am 24. November auf Twitter, Reddit und Telegram viel über diesen Begriff geplaudert wurde. Diese Metrik explodierte am 25. und 26. November zusammen mit dem Preis der Kryptowährung. Diagramm mit sozialen Trends entlang des Preises des BAT-Talkens. Soziales Volumen für den Begriff BAT, blau, und der Preis von BAT, grün? Quelle Sentiment. Aber während BAT und Brave an diesem Thanksgiving das Gesprächsthema schlechthin zu sein scheinen, genoss der breitere Kryptomarkt nicht die gleiche Art von positiver Aufmerksamkeit. BAT fliegt hoch, während Bitcoin und Ethereum schwächeln. Die führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum sind in den letzten 24 Stunden um 6,7% bzw. 8,1% gefallen. Ihr Abwärtstrend hat sich auch auf andere Top-Coins ausgeweitet. Binance Coin fiel um 9,9%, Solana um 10,2% und Cardano stürzte um 8,8% ab. Die Teilfahrt von Cardano scheint eng mit der Nachricht zusammenzuhängen, dass die Handelsplattform Etoro den Kauf des Coins für US-Nutzer nach Weihnachten einschränkt. ADA ist in der letzten Woche um 15% gefallen. Darüber haben wir schon berichtet, wenn ihr euch erinnern könnt. Beliebte Metaverse und NFT-bezogene Kryptowährungen wie MutableX, IMX, NginCoin, ENJ und Decentraland, MANA sind alle ebenfalls stark gefallen. Vor nur zwei Tagen erreichte MANA ein Allzeithoch von 5,30 Dollar, wird aber jetzt bei Redaktionsschluss mit 4,57 Dollar gehandelt. Der Marktrückgang hat auch die gesamte Marktkapitalisierung der Branche um etwa 3 Milliarden Dollar verringert. Bei Redaktionsschluss lag sie bei etwa 2,5 Billionen Dollar. Es sollte auch angemerkt werden, dass die Marktkapitalisierung des Kryptosektors an Thanksgiving letzten Jahres kaum 550 Milliarden Dollar betrug. Ein Bruchteil der heutigen Summe, selbst unter solch bärischen Bedingungen. Glaubt ihr, es wird weiter abwärts gehen? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Thema. Chinas Kryptozensur greift auf Nachrichtenagenturen und Miningpools über. Chinas Internetzensurmaschine hat sich auf Kryptomedien und Miningpools ausgeweitet, um den Zugang chinesischer Nutzer zum Kryptomarkt-Ökosystem zu minimieren. JNews, eines der wichtigsten chinesischen Kryptomedienunternehmen, das seit 2017 gegründet wurde, hat nun alle Kanäle für die Produktion und den Vertrieb von Inhalten heruntergefahren. In der Zwischenzeit haben chinesische Internetdienstleister weitere Schritte unternommen, um inländische Miner-IPs zu erkennen und zu blockieren, damit sie sich nicht mit den großen Miningpool-Diensten verbinden können, basierend auf einem Dokument von China Telekom, das von The Block gesehen wurde. Diese Schritte sind Anzeichen dafür, dass China seinen Einfluss auf die Kryptoindustrie nicht lockert, auch wenn die härtesten Maßnahmen seit dem Sommer bereits das Interesse des Einzelhandels gedämpft und Unternehmen und Führungskräfte gezwungen haben, entweder die Verbindung zum chinesischen Markt zu kappen oder ins Ausland zu gehen. Anfang dieses Monats wurden die mobilen Apps und Webdomänen von mindestens drei großen chinesischsprachigen Kryptomedien, JNews, Odaily und Blogbeats fast gleichzeitig unzugänglich. Seitdem sind sie auf ihre offiziellen Telegram-Kanäle umgestiegen, um Nachrichten an ihre Abonnenten zu verbreiten und haben neue Webdomänen eingerichtet. Nach reiflicher Überlegung teilte der Chefredakteur von Chain News am Freitag in seinem WeChat-Nachrichten-Feed mit, dass die Plattform vollständig geschlossen wird und bedankte sich bei allen Mitgliedern der Community, die sie über die Jahre hinweg unterstützt haben. Andere Plattformen wie Odaily und Blogbeats werden weiterhin unter neuen Webdomains betrieben, aber ihre mobilen Apps sind inaktiv, was die Reichweite ihrer Leserschaft an der mobilen Front eingeschränkt hat. Dies geschieht Monate, nachdem beliebte Marktinformationsseiten wie CoinMarketCap, Goingecko und TradingView von Chinas Great Firewall blockiert wurden. Mining Pools blockiert Einem kürzlich von China Telecom erstellten und von The Blog eingesehenen Dokument zufolge hatte der führende chinesische Internetdienstleister eine detaillierte Lösung entwickelt, um inländische Miner-IPs zu erkennen, die mit URLs von Mining Pools kommuniziert haben. Auf der Grundlage der laufenden Erkennung kann er entweder den Internetdienst für bestimmte IPs sperren oder die URLs, die Mining Pools für die Verbindung mit einzelnen Geräten verwenden, manuell auf eine schwarze Liste setzen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Domains fast aller zehn größten Mining Pools nach Echtzeit-Hashrate sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum von IPs innerhalb Chinas aus nicht erreichbar, wie die Überprüfung von The Blog ergab. Wie glaubt ihr geht es weiter? Könnte der Bitcoin-Preis weiter einbrechen aufgrund der Entwicklungen in China? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Kommen wir zu den nächsten spannenden Neuigkeiten. Sam Bankman-Freed, Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, sagte, dass Solana wahrscheinlich die größte dezentralisierte Finanzplattform werden wird, die direkt mit Ethereum konkurriert. Im Gespräch mit Kitco News erklärte Freed, dass die einzigartige, zugrunde liegende Technologie von Solana für die Entwicklung dezentraler Finanzprotokolle auch zum Preisanstieg des Torkens beitragen wird. Laut Freed hat Solana die Fähigkeit, Millionen von Transaktionen pro Sekunde nativ zu skalieren, ein Aspekt, der dem Torken eine Oberhand im tiefer Raum bietet. Darüber hinaus wies Freed darauf hin, dass es im Kryptobereich weiterhin Abstürze und Ossifersinn geben wird. Aber einige Projekte werden diese Zyklen wahrscheinlich überleben. Er erklärte, dass Kryptoprotokolle und Projekte, die lange überleben werden, diejenigen sein werden, die skalieren können, um eine massive Übernahme zu ermöglichen, wenn die Blockchain-Technologie expandiert. Der Analyst sagt, dass Cardano nach dem Erreichen der kritischen Kaufzone einen neuen Anlauf nehmen könnte. Michael Van de Porpe, ein führender Kryptowährungshändler, hat schon seit einiger Zeit eine bedeutende Unterstützungszone für Cardano, EDA, gezeichnet. Weiterhin ist es wichtig zu wissen, dass Cardano über unglaubliche finanzielle Reserven verfügt. Am 26. November, nach einer Marktkorrektur, die viele als Black Friday Sale für Kryptowährungen bezeichnen, erreichte EDA die vom Experten vorhergesagte wichtige Kaufzone. Interessanterweise ist dies das erste Mal, dass die Kryptowährung seit September, also vor dem spektakulären Aufstieg des Coins, auf dieses Niveau zurückgekehrt ist. Die Kaufzone bei 1,54 Dollar wurde am Freitagmorgen erreicht, nachdem Cardano unter das Unterstützungsniveau bei 1,79 Dollar gefallen war. In diesem Sinne erwartet Van de Porpe, dass Cardano seinen Aufstieg über die kritische 2-Dollar-Barriere wieder aufnehmen wird, nachdem er um diesen Preis herum Unterstützung gefunden hat. Werdet ihr diese Gelegenheit nutzen und wieder viel Cardano kaufen? Wie schätzt ihr die aktuellen Entwicklungen ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nicht vergessen, die Black Friday Aktion wird bis zum Kryptomonday, den 29.11.2021, für alle drei Pakete verlängert. Das bedeutet für euch 51% Rabatt auf alle Produkte. Damit bekommt ihr etwa das Spezialistenpaket im Wert von 899 Euro mit 51% Rabatt für nur 440 Euro. Nutze bei deiner Bestellung einfach den Code kryptomonday. Den Link zur Aktion findest du direkt unter dem Video. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, dann schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest. Der Bad Token setzt sich trotz einem Abschwung der großen Tokens weiter durch und erreicht All-Time-Highs. China schreitet weiter fort mit seinem Kryptoverbotsverfahren. Gründer der milliardenschweren FTX-Börse glaubt, dass Solana die größte DeFi-Plattform werden kann. Cardano erreicht neuen Tiefstwert und bietet Möglichkeiten für neue Investitionen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und teilt eure Eindrücke mit uns. Wir wollen weiter wachsen und euch jeden Tag den besten Überblick verschaffen.